Heute zeige ich dir ein paar tolle Übungen bei der S-Skoliose. S-Skoliose ist, wenn es nach links lumbal geht und oben rechts thorakal. Das heisst, wenn es ein bisschen nach links unten und oben nach rechts zieht. Das ist sehr verbreitet und wenn du nicht sicher bist, kannst du gerne mich kontaktieren. Da kann ich dir zeigen im Zoom, was für eine Skoliose du hast. Denn es ist wichtig, dass du die richtigen Übungen machst. Denn bei der S-Skoliose geht es darum, diese muskulären Disbalancen auszugleichen, indem du einseitig dehnst und einseitig kräftigst und dadurch wieder möglich ist, diese Wirbelsäule mehr in die Mitte zu bringen, als diese Rotationsbewegung wieder in die Länge zu ziehen. Und dann hast du viel eine bessere Atmung, bist du viel entspannter und aufgerichteter und fühlst dich auch viel besser. Chitula 12, ein TC-Mittel, hat vielen Leuten auch geholfen, die Faszien zu lösen. Denn bei der Skoliose sind natürlich auch die Faszien durch diese ungünstige Haltung etwas unter mehr Spannung und Zug. Und das können wir auch mit diesen Yoga-Übungen wunderbar lösen. Wir beginnen mit den Übungen in Rückenlage. Und du brauchst heute auch einen Stuhl für eine Übung, um das auszugleichen. Du legst dich auf den Rücken. Und wichtig ist jetzt, dass der rechte Arm so gebeugt ist. Der linke Arm ist nach hinten ausgestreckt. Das rechte Bein nach vorne ausgestreckt. Du atmest aus und ziehst mit beiden Händen das Bein etwas zu dir. Dehnst die rechte Seite. Atmest ein, senkst das Bein langsam wieder. Den rechten Arm beugen. Den linken Arm strecken. Und aus. Bein anziehen. Ein Bein senken. Rechter Arm beugen. Linker Arm strecken. Und wieder aus. Und wieder ein. Mach das noch zwei, drei Mal in deinem Rhythmus. Wichtig, der rechte Arm bleibt gebeugt. Und dann löse langsam die Übung. Jetzt streck dein linkes Bein aus. Und jetzt ist wichtig, der rechte Arm bleibt wieder gebeugt. Der linke Arm zieht wieder nach hinten. Und ausatmen. Die beiden Händen an der Rückseite anziehen. Das linke Bein. Wenn du nicht so bewegt bist, kannst du das Knie etwas beugen. Dann einatmen, wieder langsam senken. Rechten Arm beugen. Hinten kräftig im Schulterbereich. Und ausatmen. Die Beinrückseite links dehnen. Ein. Und aus. Und übe das in deinem Rhythmus. Wunderbare Übung für die Beinlänge. Für den Soas, für die rechte Schulter. Und nun bleibe in der Dehnung auf der linken Seite. Denn häufig ist die linke Seite etwas verkürzter. Bei diesem Ort von Skoliose. Und dann dehne das noch ein paar Atemzüge. Die Beinrückseite, auch die Waden. Die Zähne anziehen. Die entspannt ausatmen. Du kannst sogar das rechte Bein ausstecken, wenn dir das möglich ist. Und sonst lässt du es einfach aufgestellt. Wenn es zu streng ist, kannst du das Knie etwas beugen. Und dann. Und dann löse die Übung. Stell den Fuss auf. Streck das Bein aus. Spür einen Moment nach. Wir wollen Länge kreieren in der Leiste, im unteren Rücken. Und dann kommen wir über die rechte Seite hoch. Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Übung auch für den Soas, der natürlich ungleich ist bei der Skoliose. Und da kannst du auch einen Block nehmen. Eben wie gesagt, wir brauchen heute einen Stuhl dann nachher für die nächste Übung. Du kannst dich da gerade mal auf, eine Stuhlähne aussetzen und einfach mal diese linke Seite etwas dehnen. Es kann dann eben gut sein, dass du eine Seite intensiver spürst und die würde ich dann länger dehnen. Hier ist auch wieder wichtig, die linke Seite oben wollen wir verlängern. Und die rechte Seite kräftigen, dass du den rechten Arm wieder so beugst und die Hand nach außen drehst. Kopf heben und dann bleibst du ein paar Atemzüge. Und wenn du dich wohlfühlst, kannst du sogar noch eine leichte Rückbeuge machen. Ganz leicht aus dem oberen Rücken. Es muss gar nicht weit sein. Wenn du sehr beweglich bist, gehst du etwas tiefer hinein. Der Nacken bleibt lang. Und schau, dass du jetzt das rechte Knie leicht nach vorne schiebst. Atme entspannt und fliessend. Sehr schön. Dann löse langsam die Übung. Da haben wir jetzt oben rechts gekräftigt. Die Skoliose mehr ausgeglichen und unten links gedehnt. Jetzt wechseln wir die Seite. Das rechte Knie. Jetzt eben wieder den linken Arm so in die Länge ziehen. Sie wollen die linke obere Seite dehnen. Raum krieren und rechts wieder kräftigen. Und dann den Kopf wieder heben. Jetzt die rechte Leiste etwas nach vorne schieben. Und bei vielen ist dann die rechte Seite etwas weniger verspannt. Dann kannst du es ein bisschen kürzer machen. Einfach da, wo es mehr spannt. Meistens links in der Leiste bleibst du länger atmen, fliessen lassen. Und das ist eine ganz wichtige Übung für diese S-Koliose. So mit dem Becken in der Hüfte und dem Rücken ausgleichen. Die Schulter wird gekräftigt. Und dann ganz langsam löst du die Übung. Nimmst jetzt den Block auf die Seite. Und jetzt ist es wichtig, dass du eben eine Stuhllehne hast. Du kannst auch gegen eine Wand machen oder einen Tisch. Das linke Bein ist jetzt nach vorne aufgestellt. Du hast 45 Grad. Und nun gehst du ganz langsam mit dem Ausatmen nach unten in die Dehnung. Konzentrierst dich auf die Dehnung jetzt in der rechten Seite. Und einatmen, beugst du das linke Knie. Kommst hoch und konzentrierst dich auf die Kräftigung links im Rücken, im Mund. Die linke Seite wird gekräftigt. Und ausatmen, dehnst du. Spürst die Dehnung im linken Bein. Und auch rechte Seite im Rücken in die Länge ziehen. Und ein. Nochmals in die Länge nach oben kommen. Kräftigung im unteren Rücken links und aus. Und wiederhole das einigermaßen in deinem Rhythmus. Beim Einatmen in die linke Rückenseite den Fokus auf die Kraft. Und beim Ausatmen in die rechte Seite den Fokus auf die Dehnung. Ein bisschen links. Und dann bleibe so ein paar Atemzüge. Jetzt richte dich auf. Spür die Kraft links im Rücken. Kopf kannst du leicht heben. Stoß die linke Ferse kraftvoll in den Boden. Achte, dass dein Knie 90 Grad ist. Und du kannst die rechte Aussenkante der Fers noch im Boden schieben. Dass du die Dehnung rechts spürst. Der Wade, auch im Rücken. Sehr schön. Und dann bleiben ein paar Atemzüge in dieser kräftigen Haltung. Und dann komm langsam hoch. Und zum jetzt etwas ausgleichen, gehst du mit den Beinen etwas weiter auseinander. Und jetzt kannst du hier auch wieder den Rücken so in die Länge ziehen. Der Nacken bleibt lang. Und da kann man natürlich jetzt ein bisschen spielen. Indem du mit dem Knie nachgibst, rechts zum Beispiel, dehnst du dann mehr eine Seite. Wenn du mit dem linken Knie beugst, dehnst du mehr die andere Seite. Und das kannst du jetzt ein paar Mal so machen. Dass du einfach so wechselst und spürst den Zug im Rücken. Und es ist hilfreich, beide Seiten zu dehnen. Und dann bleibt mit beiden Beinen noch etwas gebeugt. Und zieh jetzt den ganzen Rücken in die Länge. Streck dich nochmals. Verlängern auch noch mal die Atmung. Und dann kannst du die rechte Hand aus dem Stuhl heben. Und hier nochmals ziehen, kräftiger mit der rechten Schulter nochmals in die Kraft gehen. Und dann kommst du ganz langsam hoch. Das ist dann ziemlich anstrengend, weil wir genau da dehnen und kräftigen, wo es braucht. Dann schliesst die Augen, stell dich hüftbreit auf. Und spür jetzt im unteren Rücken. Das Ziel war, den unteren Rücken mehr in die Länge, in die Mitte zu bringen. Und das Ziel war, den oberen Rücken mehr in die Länge zu bringen. So dass der ganze Rücken mehr gestreckt ist. Und nun spür, wie du atmest, wenn dein Rücken mehr Länge hat. Und wie wirkt sich das auf die Psyche, wenn du so aufgerichtet bist, aus der Fehlhaltung wieder in die Aufrichtung kommst. Und dann verinnerliche die neue Haltung und öffne langsam die Augen. Das wünsche ich dir bei Skoliose, dass du immer wieder in diese Streckung kommst und die Disbalancen ausgleichst. Und wenn du mehr Interesse hast, in meinem Yoga-Therapie-Buch findest du ganz viele tolle Übungen für die verschiedenen Skoliose-Typen. Und wenn du möchtest, helfe ich dir gerne auch zu erkennen, was du für eine Skoliose hast und welche Übungen für dich besonders hilfreich sind. Einen wundervollen Tag. Namaste.